Aber Hauptsache mein Kopf rollt durch die Vulkanlandschaft durch. Und ich zeige euch das. Dokumentiert. Das ist das Wichtigste. Prüfen, ob wir gleich flüssige Lava sehen und nicht getrocknete, wie diese ganze Steinwüste hier vorne. Das ist alles getrocknete Lava. Ich will Flüssigkeiten sehen. Ich stehe auf Flüssigkeiten. Eine Vulkanlandschaft mit Ausblick. Wir haben hier eine Höhle gefunden. Eine Lava-Höhle, da wo Lava reingeflosst kommt. Wir werden jetzt diese Höhle hier erkunden. Diese Vulkangestein-Höhle. Prüfen, ob plötzlich jetzt gleich Lava reinfließt. Das ist eine richtige Vollfett-Höhle. So, aber mit Riss. Vulkan-Riss. Ja, ist bestimmt Lava runtergefallen. Diese ganze Höhle besteht nur aus Lavagestein. Keine Ahnung, wie das hier entstanden ist. Bestimmt von diesem Vollfett-Berg, wo Dampf oben drauf ist. Genau von dem wurde das hier entstanden. Äh, hier diese Vollfett-Höhle hier. Aber ich würde sagen, dass diese Höhle hier vorne kein guter Penn-Platz ist. Die sind viel zu viele Steine.